US-Präsident Joe Biden hat sich zum Abschluss des NATO-Gipfels einen nächsten fatalen Aussetzer geleistet. Beim Abschlussstatement, als alle Regierungschefs noch einmal zusammenstanden, patzte Biden vor der Weltöffentlichkeit. Ein Fauxpas, der die Rufe und Forderungen nach einem Rückzug Bidens von seiner Präsidentschaftskandidatur nun noch lauter werden lässt. Wie ein solcher Rückzug aussehen und wie es Biden jetzt noch gelingen könnte, sein Gesicht zu wahren, erklärt Politikberater und US-Experte Julius Vandelaar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Joe Biden sich dieses Wochenende nochmal zurückzieht mit seinen engsten Beraterinnen und Beratern, mit Jill Biden, natürlich auch Hunter Biden, seinem Sohn und die Lage nochmal neu evaluiert. Denn auch Joe Biden weiß, wenn es immer nur darum geht, ob er wirklich noch fit ist, in der Lage ist, weiter zu regieren, dann wird das ein schwerer Wahlkampf, diese verbleibenden 110 Tage zu führen sein, wenn er doch eigentlich den Kampf gegen Donald Trump aufnehmen möchte. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie eine mögliche Dramaturgie aussehen könnte, dann könnte Joe Biden jetzt sagen, ich trete nicht nochmal an. Das Narrativ dahinter könnte sein, ich habe viel hinbekommen. Gesicht wahren ist, glaube ich, das Wichtigste bei diesem Narrativ und ich glaube, da können ihm viele Demokratinnen und Demokraten auch helfen. Joe Biden hat auch schon im letzten Wahlkampf gesagt, dass er ein Übergangspräsident sein würde, der den Pfad in die nächste Generation, in die Zukunft eben auch gestalten würde. Und dort wartet natürlich auch schon Kamala Harris, die gerne auch natürlich übernehmen würde. Wie könnte es aussehen? Joe Biden könnte sich hinstellen und sagen, ich habe mehr erreicht als die meisten meiner Vorgänger, im Endeffekt auch mehr als Barack Obama. Und jetzt übergebe ich natürlich das Zepter, gehe raus, solange ich eben auch diesen Erfolg feiern kann und wünsche natürlich auch Kamala Harris, die quasi unter mir schon mitgeholfen hat, übergebe ich den Staffelstab an sie, auf das sie unsere Agenda eben auch weiterhin in die Zukunft geleiten kann. Das könnte ein mögliches Narrativ sein unter dem Gesichtspunkt, dass Joe Biden merkt, er kann nicht nochmal gewinnen. Sollte sich Biden tatsächlich für diesen Schritt entscheiden, wäre vor allem der Zeitpunkt der Bekanntgabe von zentraler Bedeutung. Es gibt einen Grundsatz in der Politik und der lautet natürlich, Timing is everything. Es kommt immer auf das Zeitmanagement an, wann genau tut man was. Ich glaube, hier ist es wichtig zu verstehen, nächste Woche haben die Republikaner ihren Parteitag in Milwaukee, in Wisconsin. Wenn ich mir jetzt überlege, wann wäre eigentlich das ideale Timing, um zumindest zu verkünden, dass man nicht nochmal kandidiert, dann wäre es im Endeffekt genau zu diesem Parteitag der Republikaner. Normalerweise ist die komplette mediale Aufmerksamkeit dann eben auch auf die Partei, die gerade ihren Nominierungsparteitag hat und Joe Biden und die Demokraten könnten somit Trump und den Republikanern das komplette Rampenlicht stehlen und ein sogenanntes Counter-Messaging machen, also eine Gegenbotschaft liefern, die zumindest so viel mediale Aufmerksamkeit an sich reißen würde, dass Trump Schwierigkeiten hätte, mit seiner Botschaft durchzudringen. Das heißt, vom Timing her wäre es eigentlich ideal, wenn Joe Biden sich entscheiden sollte, sich zurückzuziehen, dass es genau nächste Woche tut. Biden selbst scheint bislang allerdings nichts von einem Rückzug wissen zu wollen. Auch nach dem NATO-Gipfel bekräftigte der 81-Jährige, er fühle sich körperlich und mental imstande, das Amt des US-Präsidenten für vier weitere Jahre auszuführen.